Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem kleinen Info und zu einem kleinen Werbevideo zugleich. Ja, ähm, ich wollte euch nun mal den Webman LP jetzt mal empfehlen. Er hat einen neuen Channel aufgemacht, hat den jetzt hier erst seit den 15.05. Also gestern, wir haben heute den 16.05. Äh, ja, Neuanfang, richtig schöner neuer Kanal. Ihr seht, das ist alles geordnet, das ist alles gut. Heute kommt wahrscheinlich sein erstes Projekt, sein erstes Video in HD mit allem drum und dran. Und, äh, was es wird, wird noch nicht verraten. Mua, ja, äh, seid gespannt, welches Projekt er als erstes nehmen wird. Und, ähm, dann hab ich noch eine kleine Info nebenbei für euch. Also ich hab noch eine kleine Info meinerseits. Ich werde euch sagen, dass, äh, ihr diese Qualität hier, Moment, diese Originalqualität, ja, das werdet ihr jetzt immer in meinen Let's Plays sehen. Ich werde jetzt Originalvideos machen. Ich werde jetzt, ähm, immer ein Original rendern. Ich werde jetzt, äh, äh, mir gleich einen neuen Bildschirm und ein neues Headset kaufen. Und das hier wird jetzt das letzte Video, wirklich das letzte Video sein, was mit diesem Headset aufgenommen wird. Denn es ist schlott, ja, schlott. Äh, nein, also, es ist kaputt, es ist Schrott, ich kann's nicht mehr nehmen. Es hat einen Kabelbruch, äh, ich hoffe, dass es jetzt hier im Video nicht so sehr rauscht. Ähm, dann bedanke ich mich nochmal für 908 Abonnenten und bitte, ja, die Abonnenten, die mich ein bisschen länger kennen. Ich bitte euch, ihr kennt doch Webman, ja, also, wirklich, seinen alten Kanal. Er hatte irgendwie 60 Abonnenten und das wäre zu schade. Also, ich bin mir sicher, er kriegt seine Zuschauer wieder, er kriegt seine, äh, Freunde, seine Abonnenten. Und, oh, jetzt hab ich mich nicht in Skype, ähm, auf beschäftigt gestellt. Egal, also, mich würde es freuen, wenn ihr Webman mal einen Besuch abstatten würde. Das Design kommt noch, das weiß ich, das macht, äh, der gute Seven Wins. Äh, für den kann ich eigentlich auch gleich mal werben hier, denn, äh, das ist gerade mal... Ich find, das ist ein bisschen dreist, das hier bei... Ja, seine Abonnenten hat er jetzt nicht angezeigt, aber ich glaub, mittlerweile 292 Abonnenten kriegt er nicht ansatzweise so viel Aufrufe. Also, immer hier nur 20 bis 50 und mehr ist das nicht. Äh, TechnoMate, ein schönes, altes, äh, Spiel. Wir hören mal rein, der Seven, äh, hat auch eine ziemlich angenehme Stimme. Wir stellen das Ganze mal auf HD und, äh, ja, hören das mal, hören uns das mal ein bisschen an. So, und da sind wir auch schon wieder, es sind, glaub ich, keine zwei Minuten verkangen und wir sind wieder da. Ja, es ist immer noch genau der gleiche Abend, an dem ich das Ganze hier aufnehme. Es ist unglaublich, ich glaub, ich nehm schon mindestens drei Stunden am Stück auf oder so, ich weiß es nicht. Ja, Leute, also er ist ein Besuch wert, äh, wert? Nein, also, äh, besucht ihn das, ähm, äh, besucht mal seinen Kanal. Er hat's auf jeden Fall verdient, ähm, geplante Projekte wären auch noch Hammer. Äh, denn Crisis 2, L.A. Noah, Assassin's Creed Brotherhood kommt dann noch. First of Layton und das geheimnisvolle Dorf und der komplette Rest der Zelda-Reihe. Er hat ja schon angefangen mit, ähm, wie heißt denn das hier? Zelda, das erste Spiel, ich bin jetzt nicht so der Zelda-Typ, aber genau, hier, The Legend of Zelda, ich glaub, äh, 15 Parts oder so, oder 19? Ja doch, 19 Parts und hat er am Ende auch so beendet, oder? Ich schau mal, ob das denn vorbei war. Nee! Oder? Ha! Ach, Sam, darfst doch Zelda machen. Hast auch noch nicht vorbei. Ist bei deinen laufenden Projekten, oder? Nee. Hast rausgenommen oder ist abgebrochen? Äh, naja, also, besucht ihn, besucht auch mal den Kollegen hier, WebmanLP, ich bin heute jetzt erstmal nicht mehr da, also, was heißt, ich bin nicht mehr da, ich, ähm, werde mir jetzt halt den Bildschirm nachher kaufen gehen, das neue Headset, und, äh, ich würde sagen, wir hören uns.